Und liebe Freunde, willkommen zurück zu einem kleinen Video, war heute beim Arzt, mir geht es relativ nicht gut, trotzdem möchte ich euch kurz über diesen Tweet informieren, den Rainbow gerade vor 2 Minuten rausgehauen hat. Und wir sehen hier, si vis parsem parabellum. Um mir vorher schon wissen, sollte diese si vis parsem parabellum heißen. Wir gehen jetzt mal kurz in den OB Übersetzung, gucken was das heißt. Und es ist nicht italienisch, es ist lateinisch und bedeutet, wenn du den Frieden für den Krieg vorbereiten willst. Also, if you want peace, prepare for war. Ich werde das einmal hier zu tweeten. So. Sorry, aber. Ah, was ich dir davon, es ist wieder die Zeit, es wird nichts rausgehauen. Ich freue mich, vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, das ist das definition. Noda.